Das sind wir und wir sind angekommen in Staffel 9. Habt ihr uns vermisst? Wir haben euch ein bisschen vermisst, aber wir haben uns auch ein bisschen ausgeruht und haben neue Fälle gesammelt. Und ansonsten wisst ihr ja sowieso, was jetzt kommt, nämlich empfehlt uns einfach weiter. Wo? Ihr könnt uns finden in der ARD Audiothek bei Spotify oder wo immer ihr Podcasts hört. Ihr könnt uns nach wie vor schauen bei YouTube auf dem Hessenschau-Kanal, im hr-Fernsehen Freitagnachts nach der Talkshow und ihr findet uns auch in der ARD Mediathek. Es gilt, was jetzt schon acht Staffeln lang galt, nämlich immer ein echter Fall, ein echtes Urteil. Okay, manchmal gibt es kein Urteil, manchmal gibt es zwei oder drei Urteile. Heute haben wir mindestens ein Urteil. Auf jeden Fall haben wir viel echtes Leben nach wie vor, auch in Staffel 9 und eine Menge zu und über unser Rechtssystem. Ja, und anders als ihr das von uns gewohnt seid, stirbt in der ersten Folge keiner. Und nichts Brutales. Also schon, psychisch ist das sehr brutal. Ich bin auch immer noch sprachlos über diese Informationen, die ich hier vorab bekommen habe und kann nicht fassen, dass das möglich ist. Ich spanne euch jetzt noch ein bisschen weiter auf die Folter, was das betrifft. Normalerweise lade ich jetzt direkt in den Fall ein, aber nein, Heike, du hast gesagt, Staffel 9 ist schon richtig fertig. Staffel 9, wir haben gefeiert damals, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, als wir in Staffel 2 gegangen sind, sind wir bei 9 angekommen. Man muss sagen, Serien, die es in Staffel 9 und sowas schaffen, sind auch gut. Weil im Endeffekt, normalerweise sterben die Serien dann bei Staffel 5, 6 und dann denkst du, boah, bei Lost war ich irgendwann froh, dass es vorbei war. So, Staffel 6, da haben sie es nur noch hingerotzt. Wir sind jetzt schon über diesem Berg. So Staffel 7, 8, zweistellige Staffelzahlen, das sind dann so geile Folgen. Bescheidenheit. Das ist dann sowas wie Family Guy und so, das sind die guten Sachen. Die guten Sachen wie Family Guy und verurteilt kriegen zweistellige Staffelzahlen. Glaubt ihr jetzt, dass wir gut sind? Nein, vielen Dank an euch da draußen, Staffel 9, ich kann es immer noch nicht glauben. Und ich kann es immer noch nicht glauben, ist ein super Stichwort und eine super Überleitung zu dem Fall, der heute unser Thema sein soll. Und wir hören uns natürlich auch in dieser Staffel an, was da passiert ist. Ein Hausverkauf wird für Frau M. und ihren Lebensgefährten zum Albtraum. Die beiden wollen sich ihren Traum erfüllen und in die Südsee auswandern. Dafür wollen sie ihren Bungalow in der Nähe von Frankfurt verkaufen. Sie bieten ihn über eine Kleinanzeige an. Es melden sich 50 Interessenten. Eine Frau ist dem Paar ganz besonders sympathisch. Sie schließen einen Kaufvertrag ab, verabreden den Kaufpreis. Und Frau M. erlaubt der Käuferin und ihrer Familie schon mal, in den Bungalow einzuziehen. Doch dann beginnt der Albtraum. Es fließt kein Geld, es beginnt ein Kleinkrieg. Unten im Keller lebt die Käuferin, die nicht bezahlt, zusammen mit ihren Kindern und Tieren. Oben Frau M. mit ihrer Familie. Die Polizei wird Dauergast. Frau M. schaltet vergeblich Behörden ein. Erst als die Presse berichtet, tut sich was. Ehrlich gesagt, bin ich immer noch sprachlos, dass das geht. Ja, und offensichtlich gar nicht so schwierig. Ja. Also, hier habe ich viele Gedanken, die ich privat machen würde, die erspare ich euch allen. Und starte mit der allerersten Frage. Wo haben die das inseriert? Habe ich richtig gehört? Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Die haben ein Haus. Was, wie viel war das ungefähr wert? Also, zumindest in Bungalow, dass man sich in der Südsee davon was kaufen kann. Also, jetzt nicht so ein hingerotztes Haus. Nein. Nein, ist schon ein bisschen größeres. Dann denken die. Ich habe es knappe 600.000. Jemand, der 600.000 Euro Anlagevermögen hat, sage ich mal, der wird doch einen Makler bezahlen können, oder nicht? Die Bearkleiner, ganz ehrlich, weil die Bearkleinzeigen haben nicht stützlich gemacht. Ich habe das letztens auch probiert, Sachen bei Bearkleinanzeigen zu verkaufen. Haus? Nein, eben. Und das ist bei irgendwelchen Klamotten schon nervig. Aus letzter Preis, bla bla, diese Leute kommen dann nicht. Und ein Haus verkaufe ich dann nicht bei Bearkleinanzeigen. Ja, ist ein bisschen verwunderlich. Ich habe die Sachen dann irgendwann zur Kleidersammlung gebracht, weil ich dachte, der Stundenlohn wäre jetzt mittlerweile hier ein hoher Stundenlohn. Nein, aber es lohnt sich nicht, so bei Bearkleinanzeigen was reinzustellen. Und ein Haus ist das Letzte, was ich da vermuten würde, weil im Endeffekt du damit auch schon quasi das, was da passiert ist, ein bisschen heraufbeschwörst. Weil welcher seriöse Typ, der 600.000 Euro hat, denkt, ja, das gebe ich bei Bearkleinanzeigen aus. Ach, da bin ich mir gar nicht so sicher. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so ist, weil, ach, das erzähle ich am Ende. Das erzähle ich am Ende. Aber du hast keine Antwort auf die Frage, warum die das da gemacht haben. Nein. Waren das wieder besseren Wissens oder fanden das gar nicht? Also, das würde ich unterstellen. Okay. Das würde ich unterstellen, aber ich würde es nicht mal als Dummheit bezeichnen. Nein, das ist vielleicht Unwissen. Ja, ich weiß, man kann jetzt sagen, wer ein Haus verkauft, der kann sich doch mal vorher informieren, wo man ein Haus verkauft. Ja. Also, das finde ich merkwürdig. Aber ich will da auch nicht urteilen, weil ich weiß nämlich noch nicht viel. Deswegen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie wir starten können. Du kannst dir eine aussuchen mittlerweile. Oh, ist ja großzügig. Also, das Erste, was ich eigentlich wissen will, das wäre mein erster Impuls gewesen, wie sollte diese Auswanderung ablaufen? Also, zeitlich gesehen. Ich verkaufe das Haus, habe dann Geld, kaufe dann ein neues oder hatten sie schon ein Haus, wann soll es losgehen? Blablabla. Also, wie war der zeitliche Rahmen geplant? Dann kannst du gerne starten mit dem Setting. Wer sind die beiden? Was haben die so gemacht? Und blablabla. Wie kamen die zu einem 600.000 Euro Bungalow? Oder Oldschool Vintage. Auch in Staffel 9. Chronologie. It's all the status of yours, Heike. Oh je, oh je, hier muss ich schwere Entscheidungen treffen. Also, ich würde sagen, wir nähern uns einfach wirklich aber ganz kurz nur über die beiden an. Okay. Ja, also, wir nähern uns über Frau M, die ich bewusst Frau M nenne und nicht anders, damit die arme Frau nicht noch mehr abkriegt, als sie sowieso schon abbekommen hat. Aber vielleicht sage ich dazu, das ist eine, und ich glaube, das spielt am Ende dann auch eine Rolle, das ist eine Thailänderin, Eigentümerin dieses Hauses mit einem urdeutschen Namen, weil sie einen Menschen mit einem urdeutschen Namen irgendwann mal geheiratet hat. Und dieser Mann mit dem urdeutschen Namen stirbt 2011. Also, das ist jetzt auch geil, Heike. Du sagst urdeutscher Name und sagst Frau M. Also, sehr weit ist es nicht zu dem Nachnamen. Ja, vielleicht habe ich mir ja auch was anderes ausgedacht und sie heißt nicht Frau S oder so. Dann mache ich mir eine kleine Milch mal auf. Nein, so heißt sie nicht. So. So heißt sie nämlich genau nicht. Egal. Also, es ist jedenfalls ein Name, der nicht nach einer, nicht-thailändisch klingt. Egal. So, und deren Mann stirbt 2011, sie erbt und von diesem Geld kauft sie diesen Bungalow. Wo genau? Vor Ort von Frankfurt willst du auch nicht? Nee, das ist im Umkreis von Frankfurt Richtung Darmstadt. Also, so, sagen wir mal Südhessen. Okay. Und ihr Lebensgefährte ist ein Franzose, geboren auf der Karibikinsel Martinique. Also, und das sage ich auch, weil ich glaube, dass es dann später eine Rolle spielt, ein dunkelhäutiger Mensch. Wollten die auch dahin, nach Martinique, auswandern? Nee, die wollten nach Tahiti. Oh, geil. Ich will auch mit. Die wollten nach Tahiti, also nach Französisch-Polynesien, wollten sie auswandern in die Südsee. Und wollten da ihren Lebensabend verbringen. Sie ist 54, er ungefähr selbes Alter. So, und Frau M. und Herr K. Was haben die so gemacht? Er war Techniker bei der Lufthansa. Und sie hat in der Kantine am Frankfurter Flughafen gearbeitet. Also, eigentlich Vorzeigepaar, ehrlich gesagt. Später hat sie sich dann selbstständig gemacht und hat halt so Massagen und so ein Kram angeboten. Eigentlich ein Vorzeigepaar. Ja. Absolut. Absolut. So. Und wir haben ja schon... Auch nichts anderes Merkwürdiges bei denen. Ganz normal. Ich konnte nichts Merkwürdiges finden. Wenn sie kennen, haben bei denen so, haben die das geile Haus, denken, geil, Deutschland ist echt nervig. Hier ist es immer kalt. Hier ist es immer kalt. Dauert ewig, bis der Sommer kommt. Hier ist es schlecht gelaunt. Lange wird das hier sowieso nicht mehr ausreichen, das ganze Geld, was man sich angefressen hat. Und Deutschland wird da wahrscheinlich irgendwann hinten dran sein. Ungefähr so. Ich teile auf jeden Fall Ihre Pläne, Deutschland auch zu verlassen. Also von daher bis jetzt... Ich meine, in die Südsee gehen. Warum nicht? Eben. Warum nicht? So, also dort wollen sie ihren Lebensabend verbringen. Dafür brauchen sie Geld und den Bungalow hier in Hessen nicht mehr. Ich gehe dann trotzdem jetzt rein mit der einen Frage, die ich schon gestellt habe. Wie sollte das dann jetzt ablaufen mit der Auswandlung? Also wir haben sie jetzt kennengelernt. Vorzeigepaar, alles easy peasy, ein bisschen Geld geerbt. Haben dieses Ding da kaufen, wollten das jetzt tauschen. Wie sollte das ablaufen? Haus verkaufen und dann ab, in die Südsee. Hatten die da schon ein Haus? Das weiß ich nicht. Okay. Also erstmal wollten die hier alles managen, dann hätten die dann das Geld gehabt und hätten gesagt, so wir fliegen jetzt los und den Rest gucken wir da. Ich hätte fast gesagt, wir ordentliche Deutsche, erst hier alles abwickeln, dann kann man da wieder neu anfangen. Nicht alles durcheinander. Ich wäre da wahrscheinlich ein bisschen anders. Mich würde das nervös machen, wenn ich nicht wüsste, was dann passiert, wenn ich da ankomme. So, hi, ich bin es, ich habe 600.000 Euro. Sie werden ja hier schon für mich im Angebot haben. Vielleicht unterstellen wir Ihnen Falsches und Sie hatten da schon was. Ich kann es nicht sagen. Okay. Ich kann es nicht sagen. Ich frage auch nur wegen, weil wir haben ja jetzt gehört, dass das Geld scheinbar nicht geflossen ist. Dass die dann auch irgendwo in Schwierigkeiten geraten sind, weil dann der andere fragt, so Leute, ihr habt hier ein Haus in der Südsee gekauft, zahlt das jetzt endlich mal. Und die sagen, ja, würden wir gerne, aber wir warten hier noch. Also es gibt halt oft diese. Ja, aber davon ist mir nichts bekannt. Davon ist nichts bekannt. Okidok. So, also jetzt inserieren Sie dieses Haus, wie wir schon besprochen haben. Ein weißer Flachbau mit tiefen Fenstern, am Feldrand mit Natur, Stein, Terrasse, so steht es im Inserat. Eine Palme, ein großer Garten, eine Garage, drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein offener Kamin, eine große Küche, hochwertige Böden und im Keller die Waschküche plus Musikraum. Ich will damit sagen, ist was Ordentliches. Wollte ich gerade sagen. Ist was Ordentliches. Sehr schöner Bungalow, gebaut im Jahr 1964. 140 Quadratmeter in einer ruhigen Wohnsiedlung. Beste Nachbarschaft. Ich habe auch den falschen Preis genannt vorhin. Der Preis war 700.000 Euro. Noch ein bisschen mehr. Das ändert alles. Total, oder? Ja, nicht, dass... Du weißt ja, wer die Mails liest. So, und jetzt kriegen sie 50 Anfragen respektive Interessenten, die sich melden und viele wollen vorbeikommen. Alle fragen nach dem letzten Preis. Nur eine tut das nicht. Das ist eine wirklich gut angezogene 39-Jährige, die erzählt, dass sie ein Millionenerbe habe, nämlich zweieinhalb Millionen hat sie geerbt. Wie heißt die? Das ist Pia W. Pia, okay. Pia W. hat also dieses Geld geerbt, sagt sie, und will nun diesen Bungalow kaufen. Und sie ist die Einzige, die nicht verhandelt und nicht nach dem letzten Preis fragt, sondern die den Preis akzeptiert. Ein Grund, warum sie sagen, die macht einen guten Eindruck. Die drei Kinder scheinen sich auch gut benommen zu haben, wirkten wohlerzogen. Die kriegt's. Und relativ schnell sind sie dann auch beim Du angekommen. Also es entwickelt sich jedenfalls so irgendwas wie freundschaftliche Gefühle. Dummerweise lassen sich aber Frau M. und ihr Lebensgefährte, Herr K., keine Nachweise zeigen. Okay, das heißt, der erste Tag ist, die lernen sich kennen. Sagen sie, hier, ich hab einen Millionenerbe. Ich scheiß auf den Preis, ich will das haben, das ist geil. So, und jetzt geht's rasant. Am 20.06.2022 gibt's den notariellen Kaufvertrag, in dem drinsteht, Geld ist fällig für den 31. August 2022. Und in diesem Vertrag steht, dass der Besitz erst mit der Zahlung an PRW übergeht. Aber der Notar betont, übergibt der Verkäufer den Besitz oder den Eigentum vor Erhalt des Kaufpreises, geht er eine ungesicherte Vorleistung ein. So steht das da drin. Also rückst du das Ding schon raus, bevor du Kohle bekommen hast, wird's schwierig. Was heißt denn das Ding? Ist das der Schlüssel oder das ganze Haus? Das ganze Haus. Also ja, der Schlüssel und damit das Haus. Ja, ist schwierig. Also ich glaube, das ist ja eigentlich noch eine interessante Detailfrage. Aber die stelle ich später. So, und jetzt beginnen Frau M. und ihr Lebensgefährte langsam dieses Haus zu räumen. Und hochwertiges übrigens einzulagern, wollten sie offenbar nicht mitnehmen. Spricht dafür, dass sie da vielleicht noch gar nichts hatten in der Südsee. Erst mal gucken wollten. Wenn du deine Sachen erst mal hier einlagerst. Würde ich mal so vermuten. Oder vielleicht da noch geilere Sachen kaufst. Oder so. Naja, also so riesig reich scheinen es mir jetzt auch wieder nicht gewesen zu sein. 600.000 Euro, 700.000 Euro ist doch super. Weil am Ende vielleicht ist es da ein bisschen günstiger, kaufst du 300.000 in ein Haus. Okay. Dann kannst du noch 400.000 verbraten. Und schön geile Sachen da reinmachen und so. Gott, die Armen, ey, ich will gar nicht weiter zuhören, habe ich gesagt. Guck mal, momentan ist es doch so ein geiles Bild. Lass uns einfach mal hier mit einem Happy End rausgehen. Es ist einfach, es wirkt auf jeden Fall auf mich so sympathische Menschen, die ein bisschen vertrottelt sind, weil die ein Haus bei ihr bei Kleinanzeigen verkaufen. Meine Güte, kann ich mit leben? Und die sind noch gut im Alter. Also es sind jetzt keine Rentner, die das eh nicht mehr genießen können, sondern die sind Mitte 50. Können jetzt sagen, geil, alle, wir können jetzt noch 20 Jahre chillen, also jetzt hier rumchillen, also überragend. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Dann denke ich, ja, mehr, dann chillen die da rum, verstehen sich gut. Man, ist doch geil. Und dann kommt einfach Pia in denen ihr leben. Und alles ist anders. Das macht mich richtig nervös gerade. Also, erzähl du mal. Das wird noch schlimmer. Ich bleibe jetzt in der Süßchen. Also Pia jedenfalls schreibt eine WhatsApp-Nachricht. Wäre es möglich, dass ich schon ein paar Sachen bringen kann, da meine Wohnung schon geräumt werden muss? Und Frau M. sagt, ja, gar kein Problem. Pia schreibt super, danke dir und schickt einen hüpfenden Hund-Emoji. Oh, lauter Freude. Das ist wichtig. Ja, ja, hüpfender Hund. Du magst auch solche Details. Nee, für jeden Fall. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, was der hüpfender Hund ist. Ah ja, so ein Hund, der da so auf und ab pfüft. Den habe ich nicht. Weil er sich so freut. Den habe ich nicht. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du Hunde verschickst. Nee, es ist ein Gif oder ein Emoji-Heike, wenn der hüpft. Okay. Ich habe das ja nicht gesehen. Den Hund, meine ich. Kann ich da vielleicht Dachverständiger werden bei Gericht, dass ich denen sage, was ein Emoji-Sachwaschen-Sticker und ein Gif ist. Dann sage ich, ja, 6.000 Euro, bitte. Ich habe das hier aufgedrüsselt. Ich bin jetzt nicht so sicher. Boah, geil. Doch, 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 das will ich, das vergesse ich mal nicht. Ich frage in einem Zuschauerraum, wo ich das machen kann. Ich würde auf jeden Fall Sachverständiger für moderne Kommunikation werden, weil ich kann mir vorstellen, so ein alter Richter weiß das nicht. Und dann sage ich ihm, na, springender Hund ist nicht gleich springender Hund. Das bedeutet das und das und das. Hier geben sie mir 3.000 auf. Sachverständigen für Emojis. Sehr gut. Also hier hüpft jedenfalls der Hund, ob als Gif, als Emoji oder als ... Sie freut sich. Weiß ich nicht. Sie freut sich jedenfalls und erlaubt das. Erlaubt das in welcher Form? Mache ich dir die Tür auf, machst rein? Per WhatsApp. Also sie sagt, ja, kannst du. Ja. Die sagt, super. Und der Hund hüpft. Ein paar Tage später schreibt Pia wieder, guten Morgen, können wir kommen, um den Rest in die Garage zu stellen. Okay. Und Frau M. sagt ja. Und jetzt kommt der Moment und sie übergibt den Haustürschlüssel. Also das, was der Notar eigentlich, wovor der Notar gewandert hat, haben die das verstanden? Also haben die das sehenden Auges gemacht oder haben die vielleicht dem Notar nicht zugehört? Also ich, das ist jetzt hier meine küchenpsychologische Interpretation. Sie haben das schon verstanden. Die Frau war aber sympathisch. Tatsächlich kann ich nicht ausschließen, ob mir das nicht auch passiert wäre. Du vertraust denen. Und weil du ja ein großzügiger, warmherziger Mensch gerne sein möchtest oder vielleicht sogar bist, sagst du, aber ja, mein Gott, die Arme hat doch schließlich drei Kinder, einen Haufen Viecher. Und die kannst du doch nicht auf der Straße sitzen lassen. Also das würde ich mal vermuten, das steckt dahinter. Also einfach nur nett. Einfach nur nett. Wir haben den 1. September 2022 und Pia sagt. 1. September, das ist ein Tag nach Zahlungsziel. Ja, Pia sagt, also jetzt hat sie ihre vorherige Wohnung ist ja schon gekündigt und sie weiß eigentlich auch nicht wohin mit den restlichen Sachen. Und ja, Geld sei noch nicht überwiesen, aber schließlich Familie mit drei minderjährigen Kindern, zwei Hunden, zwei Kaninchen, einem Meerschweinchen, einem Aquarium mit Fischen. Können wir nicht schon mal einziehen? Und da sagt Frau M, okay, zieht ein. Also kommen sie mit ihren Luftmatratzen. Aber was heißt denn einziehen? Die sind auch noch da. Was heißt denn einziehen? Machen wir jetzt hier im TierwG. Genau, so ist es. Die ziehen mit ihren Luftmatratzen in den Keller und Frau M sagt, könnt ihr oben das Gästebad mitbenutzen. Immer noch unglaublich nett. Und die Küche dürft ihr auch mitbenutzen, weil die Kinder haben ja auch mal Hunger. Die Eltern möglicherweise auch. So. Am 5.9.2022 teilt der Notar mit, alle Unterlagen sind jetzt da. In 14 Tagen ist der Kaufpreis fällig. Scheinen sie irgendwie verschoben zu haben. Nach und nach bringt jetzt Familie Piawe ihren sämtlichen Hausrat in einem klapprigen Opel Astra mit geliehenem Anhänger in den Bungalow. Sieht jetzt schon nicht mehr so sehr nach Millionen, Millionären aus. Nur sie? Ist da auch noch ein Typ im Game? Ja. Also wer der ist das? Wie heißt der? Das weiß ich nicht. Also sie, ein Paar, Pia und ihr Lebensgefährte, drei Kinder und gefühlt zwölf Tiere. Mindestens, ja. Kommen dann in dem Anhänger an und sagen, so, wir gehen jetzt hier in den Keller auf den Luftmatratzen. Und bringen, also nach und nach, weil passt ja nicht alles in den Anhänger. Ja, 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 und sind erstmal da. So, genau. Jetzt haben wir den 08.09.2022. Piawe sagt, mach dir keine Probleme, mach dir keine Sorgen, Frau M. Kaufpreis ist angewiesen. Hat nur ein bisschen Schwierigkeiten mit der Bank gegeben, aber Überweisung steht kurz bevor. Das ist auch geil. Überweisung steht kurz bevor. Was soll denn das heißen? Und jetzt wird auch Frau M. ein bisschen ungeduldiger. Und Pia sagt, hör mal, ich bin euch schon entgegengekommen. Entgegengekommen, entgegengekommen, jetzt wird die nämlich frech. Und habe euch erlaubt, dass euer Briefkasten und die Anmeldung hier immer noch bleiben darf. Also, dass ihr immer noch hier angemeldet bleiben dürft und euer Briefkasten hier hängt, wo das doch jetzt schließlich unser Haus ist. So. Ehrlich gesagt habe ich das beklemmende Gefühl, dass sie recht hat. Durch das, was der Notar gesagt hat. Ja. Das war ja letztlich, ja, natürlich. Mir wird gerade richtig schlecht. Mhm. Aber das ist ja erst der Anfang. Weil jetzt beginnt sich Pias Familie ein bisschen weiter auszubreiten. Stellt Kisten ab. Und verteilt sich so langsam oder bewegt sich so langsam Richtung Erdgeschoss. Bungalow, ne, gibt es nur Keller und Erdgeschoss. Gibt es nichts oben. Das heißt, bewegt sich langsam Richtung Erdgeschoss, was soll das heißen? Naja, die breiten die Kisten aus und die kommen sozusagen näher. Ja, näher Richtung Kellertreppe. Wie ist die Situation in dem Haus? Verstehen die sich noch? Essen die zusammen, chillen, was machen die? Ich glaube, langsam wird das ein bisschen, nee, nee, ich glaube, langsam verstehen die sich nicht mehr so gut, weil jetzt Frau M. auch ein bisschen nachdrücklicher nach dem Geld fragt. Wo bleibt die Kohle? Also jedenfalls haben wir jetzt den 16.09.2022, Geld ist immer noch nicht da. Ich bin hier fast schon bei drei Wochen. Pia sagt, kommt, schickt dann auch ein Foto an Frau M., worauf die Überweisung über knappe 600.000 Euro drauf, angeblich drauf ist. 600.000 oder 700.000 jetzt? Nee, 600.000. Weiß nicht, warum jetzt 600.000 und der Preis vorher 700.000 war. Also jetzt ging es dann immer um 600.000, deswegen habe ich das vorhin auch verwechselt. Und sagt, Geld ist abgebucht und ist auch schon ziemlich frech. Und sagt dann zu Frau M., schau doch gleich mal nach, ob das Geld schon da ist. Ja, ich weiß nicht, ob das frech ist, das klingt eher routiniert. Das klingt im kleinen Bereich. Ich habe auch ein paar Kumpels, die dann sagen, ah, sorry, ich wollte dir das Geld überweisen, aber mein Paper ist gesperrt. Ah, bezahlen wir ja. Hier bei so einer langen E-Bahn, da kann ja auch schon mal vorkommen. Kann ja auch mal passieren. Ja, klar, wie denn? So, das kriegst du auch direkt angezeigt. Ich weiß nicht, ob das da eine andere Bank ist oder so. Also Frau M. jedenfalls prüft ihre Kontonummer. Frau Pia beharrt darauf, dass das doch genau dieses Konto ist wie im Vertrag. Frau M. geht jetzt auch zum Anwalt und der Anwalt setzt Pia eine Zahlungsfrist. Dann geht Frau M. zur Sparkasse, fragt dort noch mal nach, die sagen, nee, nix eingegangen. Und Pia sagt, boah, du hast mir eine falsche Kontonummer gegeben, du bist dran schuld. Als hätte ich es geahnt. Mach dir mal keine Sorge, du bekommst dein Geld. Guck mal, und jetzt sind wir über drei Wochen. Laber, raber, 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 raber. Falls du nimmst, dann sage ich, ey, guck mal her, wir treffen uns jetzt. Die sind ja auch da, die sehen sich ja. Die sind ja nicht, das ist ja nicht so, dass einer Termine absagt und da zwei Wochen noch mal nicht auftaucht. Und dann meldet er sich nicht, Handy aus, siehst du das. Die sehen sich ja. Dann würde ich doch sagen, so, halt mal zu, ihr zwei. Aber wir gehen jetzt zusammen zu eurer Bank, ihr füllt das vor meinen Augen aus oder wir gehen zu so einem Arbeiter, der da sitzt, gibt es ja tatsächlich ab und zu noch, und sagen, hier, dieses Geld wird jetzt auf mein Konto überwiesen. Dann haben wir es beide aus dem Kreuz und fertig. Also Frau M. fährt tatsächlich, paar Tage später, mit Pia zur Bank. Pia geht aber alleine in die Bank rein, sagt dieser armen Frau M., du bleibst schön vor der Tür, wir müssen draußen bleiben, keine Ahnung. Aber sie ist erfolgreich, die wartet halt draußen. Ist einfach zu nett, ja. Ich glaube auch, dass sie zu nett ist. Übrigens, deswegen habe ich das vorhin auch mit der Thailänderin gesagt, weil ich glaube, das spielt wirklich eine Rolle, die sind doch so freundlich. Reike, das ist auch so ein Satz. Ist ein Scheiß-Vorurteil? Ja, das klingt so, ach, irgendeine Jacke, aber die sind doch so nett. Die taten sie ja gerne und so. Ich weiß nicht, gibt mit Sicherheit auch unfreundliche. Gibt safe, ich war in Thailand im Herbst, da gab es auch unglaublich unfreundliche. Okay, gut. Also in meiner Vorstellung, die ich noch nie in Thailand war, sind das einfach, das sagen doch immer alle, sind das einfach unglaublich freundliche Menschen, die einfach viel netter sind als unsereins und auch nicht so misstrauisch offenbar, jedenfalls Frau M. ist das nicht. So, im Endeffekt ist es auch völlig egal, was für andere Leute nett sind oder nicht, die ist auf jeden Fall sehr nett. Also die ist sehr nett. Dafür, dass sie drei Wochen kein Cash gekriegt hat, bleibt auch noch vor der Bank da rumstehen. Ja, bleibt die vor der Tür stehen. Und ganz ehrlich gesagt, das aller Netteste ist, dass sie da 70 Tiere einziehen lässt. Das ist doch Geräusche und da stinkt es, Alter. Ich bin jetzt richtig sauer. Ich war so im Urlaubsmodus hier, wir sind ja auch im Sommer, ich sitze hier mit kurzer Hose im Studio, draußen ist 30 Grad, pam, pam. Die ziehen in die Südsee, ich will einfach mitziehen. Und dann kommt hier so eine Pia dahin und labert da sich einen ab und ich will gar nicht wissen, wo das noch hinführt. Also die kommt jedenfalls nach ein paar Minuten wieder raus mit einer Kopie einer Überweisung. Aber Frau M. ist jetzt misstrauisch und weil sie diesem einen Anwalt nicht traut, geht sie halt zum nächsten Anwalt und tauscht auch zu Hause die Schlösser aus. Gut, oder? Gute Frau M. Ja, weiter. Und schickt die Kinder von Pia weg, als die nicht da ist. Aber als Pia nach Hause kommt, ruft die sofort die Polizei. Und leider schreit die Polizei Frau M. an, wollen sie mich verarschen, was die auf dem Video festgehalten hat. Es gibt ein Video, da kann man das sehen. Wer hat das zu wem gesagt? Also die Polizei schreit Frau M. an, wollen sie mich verarschen. Und das geht weiter. Das ist eine Familie mit kleinen Kindern, die das Recht hat, da zu wohnen. Das weiß der so schnell, warum? Wahrscheinlich hat Pia das mitgeteilt. Pia ist doch zur Polizei gegangen. Pia hat die Polizei geholt. Pia wird gesagt haben, hier, diese Hexe schmeißt mich und meine Kinder da raus. Wollen sie mir eine falsche Kontonummer? Ja gut. Gib mir eine falsche Kontonummer, mach lauter so ein Zeug. Das ist so schlimm für Frau M., dass die arme Frau kollabiert und ihr Lebensgefährte muss einen Rettungswagen holen. Ehrlich gesagt, nach dem hätte ich jetzt auch mal gefragt, welche Rolle spielt der denn da die ganze Zeit? Ja, der ist ein bisschen im Hintergrund. Scheint so, als wenn Frau M. das alles machen muss. Ja, Frau M. macht das auch. Also in dem Fall kümmert er sich, aber holt einen Rettungswagen. Danke. Das ist ja mein, das ist ja sehr viel Sorgen. Was ich alles für dich mache. Warte, warte, warte. Die muss ins Krankenhaus und danach macht die da einen monatelang Therapie, weil die das so mitnimmt, die arme Frau. Monatelang? Ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier von diesem drei Wochen nicht bezahlt in einen monatelangen Bereich. Da kommen wir hin. Also es beginnt an dieser Stelle. Und was die Polizei noch macht. Ist die stationär dort? Das heißt, das Haus ist jetzt frei. Erstmal stationär. Der Typ wohnt alleine jetzt mit den 70 Tieren. Nein, der Typ wohnt auch nicht da, weil die Polizei ihm einen Platzverweis für eine Woche erteilt. Und sagt, hier weg, Freund. Weil der nämlich in diesem Bungalow angeblich nicht gemeldet ist. Und das würde mich als Fernsehfilm würde mich das schon aggressiv machen. Ja. Das ist so ein typischer Film. Das ist so ein Katastrophen-Comedy-Film. Und da kriegst du noch ein Hausverbot für dein eigenes Haus. Ja. Und der ist deshalb nicht gemeldet. Nicht, weil der hier irgendwie illegal lebt, sondern weil der ja auswandern will. Und weil der sich möglicherweise verfrüht, aber jedenfalls dafür schon abgemeldet hatte. Ja, komm, wir müssen es alle zusammen aushalten. Weiter. So. Und jetzt beginnt der Stellungskrieg im Haus. Also irgendwann darf der wieder, der darf dann wieder zurück. Er darf wieder rein. Die Frau kommt wieder aus dem Krankenhaus. Er darf wieder rein. Und er sagt, er hat für eine Woche einen Platzverweis bekommen. Die Polizei hat später gesagt, nee, war nur 24 Stunden. Es lässt sich nicht auflösen. Also ich kann es nicht auflösen. Ist egal. Also er war mindestens 24 Stunden weg. Kommt dann wieder. Sie kommt irgendwann auch aus dem Krankenhaus wieder. So, und dann wohnen die da. Und die Pia und ihre Familie haben sich da jetzt auch ordentlich eingerichtet und haben auch viel Besuch. Und feiern auch ganz gerne. Während die anderen auch da sind. Während die anderen da sind. Wir reden hier über ein Haus. Über ein Haus. Die einen sind im Keller. Die einen sind ja im Keller. Wir haben ja gehört, die haben sich ein bisschen hochgearbeitet. Die Treppe hoch. Ja, aber da an der Tür ist dann Schluss. Ja. Und was Pia und ihre Familie jetzt macht, sie baut jetzt Barrikaden auf. Aus Umzugskisten und sowas. Wo baut die die auf? Richtung Wohnzimmer. Die bewegen sich ja jetzt nach oben fort. Die sagen ja, wir können da wohnen. Und im Moment erfahren sie ja noch Unterstützung auch durch die Polizei. Das heißt im Endeffekt, die haben dann Teile des Wohnzimmers erobert. Die haben Teile des Wohnzimmers geteilt. Egal, ich habe den Fernseher jetzt. Die kommen hoch. Ja, ich glaube, so muss man sich das vorstellen. Die anderen sind da dahinter und sagen, oh Gott, die kommen näher. Wir müssen jetzt mal so einen Gegenangriff starten. Ja. Und Frau M ist... So ein Paintball. Ja, also Frau M startet den Gegenangriff, indem sie sich jetzt den nächsten Anwalt sucht. Hallo. Ich darf das nicht sagen. Kriegen wir wieder wütend die E-Mails. Aber ich hätte jemand anders angerufen als einen Anwalt. Nein, nein, nein. Wir sind ja Rechtsstaat. Deswegen gehen wir zum Anwalt. Macht die. Die macht das richtig aggressiv. Macht die. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Leute werden sich jetzt fragen, guck mal, jetzt reden die da über so einen Hausnomadenkram. Der Typ rastet völlig aus. Und bei den ganz schlimmen Sachen ist er so ruhig und flapsig. Ehrlich gesagt, es ist, glaube ich, weil hier kann ich mich reinsteigern, ohne dass mein Herz verletzt wird. Ja. Mich spannt es richtig an. Weil ich das dann sehe. Und dann sehe ich diese Familie. Stell dir vor, du, jeden Tag, jeden Tag sind die da. Und dann sind die auch noch frech zu dir. Ja. Du weißt, die Schuld mir 600.000 Euro. Guck, jetzt sagst du auch frech. Die müllen mir hier mein Haus zu. Ja. Mit 70 Tieren. Und Kindern. Und Polizei schickt mich weg. Du denkst doch dann wirklich, okay, wann kommen für die Eltern und Zuschauer Kurt, Felix und Paula um die Ecke und sagen, verstehen Sie Spaß? Gibt es das noch? Weiß ich nicht. Und? Nee. Nee? Ist nicht Kurt Felix tot? Ich weiß nicht mal, ob der Kurt Felix heißt. Ich war jetzt einfach... Doch, der heißt so. Ja, da hätte es sich vielleicht Spaß gemacht. Ja. Dann Ruhe und Frieden. Also zurück. Zurück zu Frau M., die jetzt beim nächsten Anwalt ist. Den dritten Anwalt. Ja, der hat Mitleid. Der stellt Strafanzeige. Der beantragt eine einstweilige Verfügung, dass Familie plus Tiere das Haus verlassen sollen. Und sagt, ey, Frau M. hat denen lediglich gestattet, vorübergehend hier zu wohnen und nicht hier einzuziehen, bevor sie bezahlt haben. Wir haben ja schon gehört, dass das wahrscheinlich jetzt so eine Sache ist, die wir mit in den Zuschauerraum nehmen, wo wir den Joker fragen werden mit Eigentum und Besitz. Aber wäre nicht folgende Möglichkeit gewesen zu sagen, ey, ihr schuldet mir Cash, ich entwickle jetzt einen Titel gegen euch und ihr werdet dann gefändet. Das haben die auch versucht. Weil am Ende, dann müsste denen ja theoretisch, die haben ja dann nichts. Dann wissen sie, ah, was haben die für einen Besitz? Ah, das Haus. Ja, dankeschön. Kannst du mir gleich wieder zurückgeben. Also das Landgericht in Darmstadt hat am 1. November 2022, da sind wir jetzt schon, ja, das geht jetzt schon eine ganze Weile, hat am 1. November 2022 den Eilantrag abgelehnt und hat gesagt, Mitbesitz, also hier von Pia, ist nicht, der Mitbesitz von Pia ist nicht widerrechtlich, weil die Verkäuferin, Frau M., die Käuferin, Pia. Freiwillig, die entschüsse ich immer. So ist es, freiwillig, hat einziehen lassen. Aber ich muss, der Zuschauerraum wird auch heute lang, warte mal, weil das, wenn ich das weiterdenke. Aber das sind zivilrechtliche Fragen. Ich hoffe, das überfordert den Joker nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, jetzt macht der Anwalt Folgendes, er reicht Räumungsklage ein. Aber auf welcher Basis denn? Scheint ja, diese Pia scheint ja eigentlich im Recht zu sein. Jedenfalls versucht das. Okay. So, und jetzt, wir sind im November 2022, das Gericht gibt einen Termin typisch, ja, gibt einen Termin 15.03.23. Also viereinhalb Monate muss das jetzt hier so weitergehen. Sind die da wirklich drin oder sind die dann wenigstens weg? Nein, die sind die ganze Zeit da drin. Die sind alle da drin. Und immerhin gibt es ein... Darf man ja nicht vergessen. Wir reden das jetzt hier so schnell. Nein. Nein, die über Monate lang sehen die sich über den Tag. Und dann siehst du, oh, die Kissen sind wieder weiter im Wohnzimmer. Ich kann meine Hälfte von meinem Fernseher nicht mehr sehen. Und unten plarren irgendwelche Vögel. Also, Frau M. und ihr Lebensgefährte erobern immerhin einen Teil der Wohnung zurück. Die holen sich nämlich, die holen sich nämlich Freunde zur Verstärkung ins Haus und drängen Pia und ihre Familie aus dem Wohnzimmer zurück in den Keller. Das schaffen sie. Danke, du kennst das aus alten Staffeln. Ich muss das zusammenfassen, was hier gerade passiert ist. Da ist eine Familie, ein Paar, drei Kinder, 40.000 Tiere. Es werden immer mehr Tiere, du merkst, gell? Ja, die vermehrt ich ja weiter. Dann ist da das Ehepaar. Die kämpfen monatelang, muss man jetzt mittlerweile sagen, um Bereiche in diesem Bungalow. Und dann gibt es ein Telefonat, wo einer zu dem anderen, hört mal, kommt bitte her, wir brauchen Hilfe, wir müssen das Wohnzimmer zurückerobern. Stell dir mal vor, du kriegst so einen Anruf. Stell dir mal vor, ich rufe dich morgen an und sage, Heike, mir ist die Küche abhanden gekommen. Komm bitte vorbei und bring alle Leute mit, die du kennst, bringen alle mit. Wir müssen meine Küche wiederholen. Dann kommt ihr da an. Ich bin bewaffnet mit irgendwelchen Sachen. So, folge ich nach Plan, Heike. Du gehst über rechts. Was ist denn das für ein Szenario? Da ist ja kein Mensch drauf vorbereitet. Ja. Das ist ja völlig wirr. Ja. So, aber die schaffen es immerhin, dass im Erdgeschoss den Hausbesetzern nur noch eines bleibt, nämlich das Gästebad. Voll lecker. Aber dafür richten die sich jetzt ordentlich im Keller ein. Holen sich einen Kühlschrank, holen sich einen Backofen, holen sich eine Mikrowelle, eine Espressomaschine, Kochplatte, einen Fernseher, zwei elektrische Heizkörper und demontieren die Rauchmelder. Weil, ist natürlich ungünstig, wenn du da unten im Keller halt kochst und so, gehen ständig die Rauchmelder los. Ich kenne mich aus, weil ich teste auch immer alle Rauchmelder beim Kochen und ich koche nicht im Keller. So, und auch dagegen geht Frau M. vor und immerhin am 22.11.2022 untersagt das Gericht, das sagt, ihr könnt nicht da unten kochen und so, ist gefährlich. Ja, etwas. Jetzt kommt der Gerichtsvollzieher und übergibt... Bei solchen Kleinigkeiten, dann solche Vorgänge auch noch, weißt du, da geht es nicht mal um diese Gesamtsache, sondern da geht es nur um das Kochen. Da reibst du dich im Alltag schon mit so einem Scheißdrehen auf. Und der Gerichtsvollzieher, als der kommt, um den Beschluss zu übergeben an Pia, sagt, sieh schon wieder. Sieh schon wieder. Weil der kennt die. Pia ist nämlich Stammkundschaft. Pia, ach du, jetzt kommt ein guter Begriff, Pia ist amtsbekannt pfandlos. Also die hat nichts. Das heißt, sie hat nichts. Die hat nichts. Amtsbekannt pfandlos, eine gute Beleidigung. Ja, genau. Du bist amtsbekannt pfandlos. Du bist amtsbekannt pfandlos. So, und der Gerichtsvollzieher erzählt der Frau M. auch, dass sie schon mehrere Immobilien erworben hat, ohne je dafür zu zahlen. Aber bislang hat sie nie darin gewohnt. Das ist jetzt hier ein neues... Das ist jedenfalls laut Gerichtsvollzieher sozusagen der erste Erfolg. Mittlerweile ist der Bungalow auch... Wahrscheinlich, weil Frau M. zu nett ist. Ja, sag ich doch. Aber ich darf ja meine Vorurteile hier nicht pflegen. Ja, weil dann pflege ich jetzt hier meine. Wie soll ich sagen? Du Arme, du musst die E-Mails lesen. Wenn das wirklich zwei Urdeutsche gewesen wären, glaubst du, das wäre auch so passiert? Wenn das Stefanie und Michael gewesen wären aus Haddersheim. Und die Polizei, glaubst du, die Polizei hätte zu denen gesagt, willst du mich farschen? Deswegen habe ich vorhin betont, dass der Mann ein dunkler Häutiger ist. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Rolle gespielt hat. Und dann glaubst du auch, dass was quasi, wenn Verständnis auch was bei Behörden besteht, dass man dann vielleicht Sachen nicht versteht. Und dann müsste eigentlich der Notar dich eher vielleicht ein bisschen mehr irgendwie an die Hand nehmen, als vielleicht irgendwelche Allmanns. Ich glaube nicht mehr an Notare. Tut mir leid, Notare. Das heißt, am Ende kann das sein, dass das auch deswegen ist. Weil die einfach in diesem System untergehen gerade. Das scheint mir so zu sein. Weil diese Dauer ist ja völlig wir. Das scheint mir so zu sein. Dass das eine Rolle spielt. Also wie gesagt, mittlerweile ist dieser Bungalow ziemlich renovierungsbedürftig. Und die haben den Zugang zum Keller mit einer schwarzen Plane verhängt. Überall fliegt Spielzeug und Müll rum. Die Hunde zerkratzen die Wände. Und ja. Ach so, ja. Und hier Pia hat ihre, in Anführungsstrichen, ihre zwei Kellerräume versperrt. Hat da einen Zettel hingehängt und hat da hingeschrieben, Privaträume. Sollten diese geöffnet werden, wird dies von der Polizei geahndet. Finger weg. Dahinter befand sich halt der Hausrat und das Gerümpel dieser Familie inklusive einer Transportbox plus Hund. So. Aber die Frau M. hat immerhin nicht aufgegeben. Das muss man wirklich sagen. Unterstützt auch durch diesen neuen Anwalt, der sich da echt ins Zeug gelegt hat. Die hat nun das Ordnungs- und das Jugendamt eingeschaltet. Und hat gesagt, Leute. Boah ey, mein Kopf platzt gleich. Das ist wirklich so. Du hast so diesen Riesen-Case, über der über allem steht, dass die dir quasi dein Haus geklaut haben. Und auch dein Leben und deine Nerven, weil die sind auch noch da. Die haben dir nicht nur das Haus geklaut. Sondern das Haus ist jetzt nicht einfach weg und du musst irgendwie weiterleben. Sondern du lebst quasi in diesem Albtraum auch noch drin, weil du die jeden Tag siehst. Und dann musst du dich mit solchen Sachen beschäftigen, dass die da nicht kochen dürfen. Jetzt musst du das Jugendamt einschalten. Das dauert ja auch alles. Und du willst eigentlich jeden Tag aufwachen und denken, bitte, 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 lass die einfach weg sein. Das ist eine Energie, die hätte ich nicht gehabt. Richtig, richtig. Aber wenn ich mich jetzt in Frau M. reinversetze, wäre ich direkt froh, dass die da unten kochen. Weil dann habe ich endlich mal eine Handhabe. Und dass die mit ihren Tieren und ihren Kindern nicht ordentlich umgehen. Dann habe ich wenigstens irgendwie eine Idee, was ich noch machen kann. Weil alles andere funktionierte ja nicht. Also jedenfalls haben sie jetzt das Ordnungsamt und Jugendamt eingeschaltet. Das Ordnungsamt hat aber lediglich ein Formular an Pia überreicht, weil die Hunde nicht korrekt angemeldet sind. Das ist das Einzige, was die irgendwie interessiert hat. Pia hat es nicht ausgefüllt. Das Ordnungsamt hat auch nicht weiter nachgefragt. Das Jugendamt ist zweimal gekommen zu Hausbesuchen und hat gesagt, nö. Sorry, kein Handlungsbedarf. Jetzt haben wir Weihnachten 2022 und die Hausbesetzer sind immer noch da. Also Pia plus Familie und wie viel? 40.000, ne? Nee, 40.000 Tieren. 40.000, was heißt das jetzt mit einer halben Million Tieren? Mit einer halben Million Tieren. Zahlen natürlich auch keinen Strom, zahlen keine Heizung. Es ist kühl, weil es ja Weihnachten. Was machen die so? Arbeiten die oder was machen die? Das geht bei denen so. Ich glaube nicht, dass die arbeiten. Also davon habe ich nichts mitgekriegt. Wo kommt Fernseher und so? Weiß ich auch nicht. Vielleicht auch bei Mediamarkt gesagt. Wo haben Betrüger ihr Geld her? Weiß ich nicht. So. Der Lebensgefährte von Frau M. kappt jetzt die Stromzufuhr zum Gästebad, weil es ihm reicht. Und dann kommt der 15.01.2023 und die Eskalation. Im Keller piept der Rauchmelder, weil Pia wieder gekocht hat. Frau M. geht runter. Wie bitte? Ich denke, die sind abgemacht worden. Nee, nee, Stromzufuhr zum Gästebad. Nein, aber die Rauchmelder haben die die nicht auch abgemacht? Ja, vielleicht haben sie sie wieder dran gemacht, wegen Ordnungsamt. Also offenbar, da an jenem Tag rauchte es. Irgendein Rauchmelder hat gepiepst, weil da war es auf der Rauchmelder oben, weil der Rauch schon hochzog. Frau M. ist jedenfalls runtergegangen. Die Hunde rennen auf Frau M. zu. Einer beißt sie ins Bein und in den Arm. Die arme Frau muss schon wieder ins Krankenhaus. Die Polizei kommt, geht aber wieder, weil sie eine fahrlässige Körperverletzung bezweifelt. Und der neue Rechtsanwalt sagt später dann, ich glaube, das liegt an der schlecht deutsch sprechenden Thailänderin und ihrem dunkelhäutigen Lebensgefährten. Die Polizei sagt natürlich, nee, hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. So, jetzt versucht der Rechtsanwalt es anders. Der stellt einen Antrag nach Gewaltschutzgesetz. Und der Rechtsanwalt sagt, entweder die ziehen aus oder die dürfen ihre bissigen Hunde hier nicht mehr halten, weil die haben ja die Frau M. gebissen. Wir nehmen das alles wahr, nicht, dass du denkst, ich frage nichts mehr. Ja, ja. Pia gibt eine eidesstattliche Versicherung ab und sagt, ich habe überhaupt nicht gekocht, sondern ich habe die Kaffeemaschine entkalkt. Und der Hund ist von dem Vorbesitzer misshandelt worden, der ist halt ein bisschen misstrauisch deshalb. Der Rechtsanwalt schafft es aber jetzt, dass immerhin der Vertrag rückabgewickelt wird und eine Vormerkung im Grundbuch, dass sie da eingetragen werden, wenn endlich mal die Kohle geflossen ist, gelöscht wird. Das schafft er immerhin, dagegen wehrt sich auch Pia mal ausnahmsweise nicht. Und die Polizei ermittelt jetzt wenigstens ein bisschen wegen Betrugs und wegen dieses Hundebisses. Es hat ehrlich gesagt, ganz kurz, hat das nie eine Rolle gespielt, dass der Gerichtsvollzieher irgendwann mal gesagt hat, ach, sie ist schon wieder? Nein, weil die haben doch denen nicht geglaubt. Aber ich glaube... Denen haben die nicht geglaubt, dem Gerichtsvollzieher? Nein, Frau M. Die konnte doch sagen, was sie wollte. Der hat doch niemand geglaubt, offensichtlich. Also das muss ich einfach aus allem schließen. Das heißt, der Gerichtsvollzieher, der hat gar keine Rolle gespielt. Niemand hat sich für den Gerichtsvollzieher interessiert, der gesagt hat, sie ist schon wieder. Nee. Geil. Nee. Aber was Frau M. gemacht hat oder ihr Anwalt, das kann ich nicht genau sagen. Wer es von beiden war... Kannst du mir eine Sache sagen? Ich weiß nicht, wie wir es sonst, ob ich es bis zum Ende schaffe. Geht es Frau M. heute gut? Ja. Sehr gut, dann bin ich jetzt erleichtert. Ja. Da geht's. Also, die haben nämlich die Presse eingeschaltet. Und manchmal funktioniert es ja wirklich. Im Februar erschien der erste Artikel und plötzlich kamen irre Bewegungen in diesem Fall. Nämlich das Veterinäramt kam zur Kontrolle, hat... In der Presse jetzt, ne? Ja, klar. Also vorher, das muss man doch daraus schließen, weil vorher ist ja nichts passiert. Ich mache das alles so sauerhäutig, ich verstehe das gar nicht. Ich war so gut gelaunt. So, also Veterinäramt kommt zur Kontrolle. Mittlerweile gibt es auch diverse Tierschutzanzeigen. Die bereiten eine schriftliche Verfügung vor, nehmen die Kaninchen und die Hunde in Obhut. Immerhin, die sind schon mal gerettet. Jetzt kommt aber nächste Eskalation. Pia stellt auf den Treppenabsatz eine Pressspanplatte auf, um den Abgang in den Keller zu blockieren. Und jetzt, die haben wir noch nicht eingeführt, weil die bislang keine Rolle gespielt hat, kommt die Tochter von Frau M., die ist 19 Jahre alt. Und versucht diese Platte zu entfernen, also versucht der Mutter zu helfen. Aber Pia hält ordentlich dagegen. Auch hier wieder, die Szenen musst du dir halt verbildlichen. Ja, also Kellertreppe. Da stehen zwei, da stehen welche. Dann halten die das so wie früher im Kinderladen. Und jetzt greift die Tochter zum Hundespray, dass die immer griffbereit wegen der Hundeangriff und so, zum Pfefferspray, äh, da liegen haben, greift also zum Pfefferspray und sprüht das Pia direkt in die Augen. Und die ruft, jetzt passt die Freie, hat sich voll. Aber Pia ruft die Polizei. Die Polizei kommt diesmal gleich mit dem Veterinäramt und mit dem Jugendamt. Das Jugendamt sieht nun doch plötzlich Handlungsbedarf, sagt, hm, drei Kinder im schulpflichtigen Alter, im Keller, ich sag's jetzt, wie ich's denke, zu halten, ist auch eher suboptimal. Und ich hab ja auch da was im Fernsehen gesehen, hm, ich will ja keine unangenehmen Fragen beantworten, hm, vielleicht sollte ich mal meinen Job machen, hm. Der Landkreis teilt nun auch mit, hm, um die Kinder aus dieser verschärfenden Konfliktlage herauszunehmen und einer potenziellen Eskalation vorzubeugen, werde diese Familie nun vorübergehend in einer Unterkunft, sprich in einer Pension untergebracht, wir ermöglichen euch das. Und dann müsst ihr aber eine neue Wohnung suchen. Das Veterinäramt kassiert die Viecher, die Familie geht in die Pension, nimmt das Nötigste mit. Aber die arme Pension, oder? Der Rechtsanwalt sagt zu Frau M., warte mal lieber 48 Stunden, dann erst tauschen wir die Schlösser aus, ähm, wir gehen mal von einer Besitzaufgabe an der Immobilie aus, wenn die 48 Stunden wegbleibt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, nur weil das der Angebot dann mit der Pension heißt, das ist ja eigentlich noch nicht, dass die, die haben ja den Schlüssel vielleicht theoretisch dann wirklich noch. Also die Rechtslage hat sich ja durch diesen ganzen Bullshit nicht geändert, nur weil die Tiere schlecht behandeln, können sie ja keine Haus wegnehmen, das muss man ja auch sagen. Ja. Okay. Also die haben dann auch so eine Videokamera an ihrem Bungalow angebaut und sehen auch, dass der Lebensgefährte von Pia nochmal kommt und in dieses Haus rein will und den Briefkasten leert und dann aber wieder abzieht, immerhin. Montags kommt die Polizei, holt übrigens den Hamster, wichtiges Detail. Was haben die? Hamster war auch noch übrig geblieben. Bin dann die vergessen. Haben die aber gut. Offenbar haben sie den Hamster zurückgelassen. Das heißt, die Hasen kamen in den Obhut, da kamen irgendwelche Meerschweine und so. Ja, aber den Hamster haben sie leider vergessen. Dann haben die einfach den armen Hamster. Ja. Und dann sitzt der Hamster da und denkt, das waren wilde Monate gewesen. Hallo, 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 hallo. Aber guck mal. Hier ist ja nur das Rad hier geblieben, aber Hamster, muss man sagen, wenn du einen vergisst, dann die, weil die speichern das ja hier an der Seite. Aber Hamster ist ja ein Nachttier, vielleicht hat der Hamster einfach geschlafen, als die da waren und dann haben sie es nicht gemerkt. Nein, ich meine, ein Hamster, der kann länger, guck mal, die Hamster, die lagern doch das in ihren Backen. Du meinst Futter? Ja, die lagern doch da alles da drin und dann kann der länger da aushalten. Und sagen, so, ihr habt mich zwar vergessen, aber macht euch keine Sorgen um mich, ich habe hier in der rechten Backe noch was, ich habe hier in der linken. Macht ihr mal, das war mir eben ein bisschen zu wild. Ich habe hier mal ein Rad und jetzt kommt endlich die Polizei und berätet mich. Weiß mal, wie es dem Hamster heute geht, wahrscheinlich tot. Das kann ich nicht beantworten, Hamsterleben nicht so lange. Ist ja ein weiteres Jahr vergangen. Also jedenfalls, Frau Emmer und ihr Lebensgefährte renovieren ihr Haus. Von welchem Geld? Ja, scheinbar haben sie noch welches übrig. Vielleicht sind die einfach auch furchtbar sparsame Menschen, weil sie ihr ganze Kohle gespart haben, um die Südsee zu gehen. Nein, ich weiß es nicht. Also es reichte jedenfalls noch, um dieses Haus zu renovieren. Haben das verdreckte Gästebad wieder schön gemacht, in den Keller wieder Strom gelegt. Und die Polizei und die Staatsanwaltschaft sind nun auch ein bisschen in Bewegung gekommen. Ermitteln gegen Pia wegen Betruges. Ja, und mittlerweile wissen wir auch, dass im Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts von Juli 2020 bis Ende März 2023 14 Vollstreckungstitel gegen Pia sind. Jetzt kommt der 15. März und jener Tag, an dem ja über die Räumung verhandelt werden sollte, an diesem Tag kommt Pia nicht zu Gericht. Deswegen gibt es ein sogenanntes Versäumnisurteil. Also bist nicht da, zack, kann der Räumungstitel vollstreckt werden. Und damit ist das Haus wieder offiziell im Besitz von Frau M. Sehr gut. Und während Frau M. und ihr Lebensgefährte Herr T. erneut nach einem Käufer suchen, wird Pia wieder fündig. Nämlich bei Herrn F. Herr F. hat sich beim Hessischen Rundfunk gemeldet und hat gesagt, kommt mir so bekannt vor, diese Geschichte und diese Frau. Pia war bei mir. Wo? Ich vermiete nämlich ganz da in der Nähe. In der Nähe auch noch? Nein, selber Landkreis. Krass. Pia, Herr F. vermietet nämlich Ferienwohnungen an Menschen, die zum Beispiel die Wohnungen brauchen. Also der gibt ja auch weiter an Menschen, die Wohnungen brauchen, weil ihre von Brand verwüstet worden ist, Unwetter, keine Ahnung, was da halt passiert. Die vorübergehend halt was brauchen. Und da kam Pia des Weges und sagt, hatte ich einen Kabelbrand zu Hause und deshalb kann ich noch nicht in mein Haus einzig wieder einziehen. Und auch der Herr F. hat gesagt, boah, die ist eigentlich seriös und vertrauenswürdig und die machen wir hier einen Kaufvertrag. Und sie hat gesagt, ja, das bezahlt, sie bezahlt die ersten Tage schon mal im Voraus. Kaufvertrag. Ja, die haben einen Kaufvertrag. Aber einen Mietvertrag, oder? Ach nee, die hat den Kaufvertrag gezeigt von dem Haus, von dem Haus. Und hat gesagt, hier, ich bezahle die ersten Tage schon mal im Voraus. Das hat sie auch gemacht, danach hat sie nie wieder bezahlt. Herr F. ist seinem Geld hinterhergerannt. Pia hat gesagt, ja, kommt jeden Augenblick, hat wieder Bankbelege vorgezeigt. Selbe Masche. Ging eine Weile. Zwei Wochen hat Herr F. das mitgemacht. Dann hat er die Polizei geholt und hat die Wohnung räumen lassen, die erneut komplett verwüstet war. Er sagt, drei Tage lang musste ich diese Wohnung reinigen. Alles war da Müll, Säcke, weiße Unrat. Keine Ahnung, was die macht. Heike, ich hoffe, dass wir uns jetzt schon lange genug kennen, dass du weißt, was ich jetzt fragen will. Warum ging es so schnell bei Herrn F. und dauerte so ewig bei Frau M.? Ja, nach zwei Wochen, mein Gott. Vielleicht, weil Herr F. einen Vornamen hat, der ihn als Biodeutschen... Keine Ahnung. Egal, gehen wir mal davon aus, von diesen Vorteilen, aber rein rechtlich gesehen, warum ging das bei dem so schnell? Weiß ich nicht, vielleicht hat er einfach mehr Glück gehabt, ist beim besseren Gericht gelandet. Ich war überzeugender, ich kann das nicht beantworten. Aber Pia hat einen Eilbeschluss erwirken können nach der Räumung. Und zwar hat dieser Eilbeschluss, sagt dieser Eilbeschluss, hier Pia, kannst du wieder einziehen. Dann sind sie wieder eingezogen. Problem war, das war so dringlich, dass die den Herrn F. nicht angehört haben und dass das zuständige Amtsgericht dann einfach ihr Recht gegeben hat, weil offensichtlich war sie da auch sehr überzeugend. Also die Betrüger sind ja überzeugend, sonst wären sie ja nicht so erfolgreich. Der hätte sie auch wieder in die Wohnung lassen müssen, der hat aber Widerspruch eingelegt und der hat einfach Glück gehabt. Der hat Glück gehabt, weil dann gab es eine mündliche Verhandlung darüber und da hat Pia ihre Klage fallen gelassen oder ihren Eintrag. Dass einfach nicht irgendeiner auf die Idee gekommen ist, den Gerichtsvollzieher zu fragen. Kennt man die Frau? Ja, ist komisch, ne? Es ist komisch. Also immerhin hat aber dieses Gericht festgestellt, ja, die hat seit 2011 eben diese vielen Einträge im zentralen Schuldnerverzeichnis und, äh, ja. Ja, ja. Keine Ahnung. Das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist, warte Achtung, das Problem ist, der Kollege, der diesen Fall für den hessischen Rundfunk berichtet hat, hat auch mit Lossi Bossi darüber geredet. Und der hat ihm gesagt, naja, wie willst du sowas eigentlich stoppen? Also er hat die Frage gestellt, wie kann man diese Frau mal stoppen? Ähm, und Lossi sagt, ja, du kannst sie ja nicht ständig überwachen, ja, kannst nicht überall Bilder von der aufhängen. Achtung, wenn die kommt, die so aussieht, so, das kannst du. Aber ich muss doch eine bessere Handhabe haben, wenn dann einer, ja gut, eigentlich hätte ich ja eine Handhabe, einfach der nicht eine Schlüssel zu geben. Ja. Ja. Also Lossi sagt, persönliche Freiheitsentfaltung ist no, ist gut und das ist natürlich übergeordnet, da kann ich nicht überall Bilder von der aufhängen und sagen, Achtung, wenn die kommt. Aber ehrlich gesagt, das ist auch keiner verlangt, natürlich nicht. Also ich meine, der Name wird ja, die wird keinen Handivertrag machen können, bla bla, da gibt es ja schon Fallstricke. Aber das Strafrecht kann hier helfen. Also wenn die, jetzt wird ja noch ermittelt gegen die, wegen Betrugs. So, jetzt gehen wir mal davon aus, die wird irgendwie angeklagt und sagen, da ist ja nichts zu holen. Genau, ja, dann kriegt die eine Geldstrafe. Kann die die nicht bezahlen. Dann muss sie ins Gefängnis. So ist es. Ja, am Ende, ganz kurz, ich habe mich auch die ganze Zeit immer raufgeregt. Freiwillig macht sowas auch jemand nicht, vielleicht brauchen die auch Hilfe. Also. Vielleicht kommen die aus diesem Scheiß da einfach auch nicht raus. Ich kann so viel dazu sagen. Da ist ein Schufeintrag, da kriegst du da keine Wohnung, dann kriegst du da nichts, dann kann da nichts, bla bla bla. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr anders, wie du eine Wohnung kriegen sollst. Ich kann so viel dazu sagen, dass Pia auch die Berichterstattung verfolgt und dass auch Pia sich an den hessischen Rundfunk gewandt hat. Nämlich an jenen Kollegen, der darüber berichtet hat. Oh nein, das sagst du mir jetzt nach der Folge. Ich will mit dir nichts zu tun haben, Pia. Bin auf deiner Seite. Wir nennen sie ja. Pia sagt, es stimmt alles einfach überhaupt nicht und die Frau M war die Böse und unterstellt der üble Sachen, die sie angeblich alle getan hat. Wir hören uns jetzt mal Frau M an und gucken mal, ob die wirklich so böse ist. Sagen, man kann mir nicht vorstellen sowas. Also das kann kein Mensch aushalten. Ich kapiert immer noch nicht. Und die wollten nicht den Preis irgendwie handeln oder sowas. Sie war sehr nett, sehr freundlich und wir haben gedacht, alles in Ordnung ist. Und sie war noch wirklich nett, alles super, wirklich, das kann man nicht merken. Ja. Ja. Freunde der Sonne. Ja. Gut, ich bin gespannt, was noch passiert. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel? Auf meinem Zettel habe ich hier noch dieses mit dem Besitz und Eigentum. Ja, das nehmen wir aber mit dem Zuschauerraum. Ja, aber das ist, glaube ich, einfach relativ einfach. Können wir trotzdem mit dem Zuschauerraum. Na gut. Meinst du, quälen wir ein Strafrecht? Ich quäle euch beide jetzt. Wie könntest du mir beide beantworten? Weil ich habe hier eins, zwei, drei, vier Punkte, die ich gerne noch... Okay, ich lehne mich zurück. Wir rufen an. Aufarbeiten. Ne, wir gehen erstmal in den Zuschauerraum, bevor wir rufen. Achso. Zuschauerraum. So, und bevor wir hier irgendwas machen, rufen wir einfach... Endlich kann ich wieder Musik machen. Klaus, Drescher. Ich freue mich sehr. Ich habe ihn sehr vermisst über den Sommer. Drescher. Heike Berufka, Basti Red, Staffel 9, verurteilt. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe sie sehr vermisst. Ja, gut. Habe sie mich auch? Ja, du mich auch? Ja, manchmal hat man auch, als Red sind ja noch andere Termine. Okay, sorry, sorry. Nein, wir sind in der ersten Folge in Staffel 9 und wir haben viele Fragen. Ja, gut so. Aber Achtung, es wird zivilrechtlich. Oh, oh. Es ist nicht so, dass ich jetzt unglaublich detailliert werden will. Aber? Heike und Sie oder du erklären mir jetzt mal erstmal den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Also Besitz ist, dass man tatsächliche Verfügungsgewalt über die Sache hat. Und Eigentum ist, dass einem darüber hinaus auch gehört. Das heißt theoretisch, wenn ich das weiterdenke. Ja. Und Heike leitet mir jetzt ihr Auto. Genau. Und gibt mir den Schlüssel. Genau. Da bin ich Besitzer von diesem Auto. So ist das in dem Moment. Und theoretisch gesehen, wenn ich dann renitent bleibe, müsste Heike mich aus diesem Auto rausklagen. Theoretisch, ja. Wer hat sich denn das ausgedacht? Na ja, gut. Was verhindert das denn im Positiven? Weil es gibt ja Gesetze, die man aushalten muss an gewissen Stellen, weil dann XY verhindert wird. Das habe ich ja auch immer akzeptiert. Aber man geht ja davon aus, dass wenn man sich sowas ausleiht, das dann auch zurückgibt. Ja, scheinbar muss ich es aber nicht tun. Es gibt aber jetzt gar nichts mehr. Und wenn man nicht hat, ich habe die Möglichkeit, das einzuklagen oder sowas. Gegebenenfalls dann auch mal in Sonderfällen über eine anzuhalige Verfügung oder sowas, dass es ein bisschen schneller geht als den ersten Termin im halben Jahr. Ja, genau den Fall hatten wir. Wahnsinn. Genau den Fall hatten wir. Das heißt, wenn ich jetzt Heike einfach sage hier, ich leite meine Playstation aus? Genau. Und dann gibt die die nicht zurück, dann muss ich hier rechts mit. Dann muss man rechtlichen Beistand sich suchen, jawohl. Könnte man sich da vertraglich vorher absichern und einen Leihvertrag aufsetzen? Das nützt ja nichts. Also ich meine, ob das jetzt in einem Leihvertrag drinsteht, man wird ja nicht behaupten, das sei jetzt für das nächste halbe Jahr geliehen oder irgend sowas. Sondern üblicherweise war das halt mal für den Tag zur Verfügung gestellt. Man kann natürlich in dem Moment, wo man so einen Leihvertrag macht und dann sagt, okay, ich muss das aber spätestens dann und dann zurückgeben, hat man natürlich möglicherweise schon mal ein Ding aus der Welt geschaffen, das man nämlich dann sagen kann, hier, wenn der kommt, sagt, ja, das war ja gar nicht abgesprochen, was ich zurückgeben muss. Also hier steht es doch. Okay, okay. Ich beende das dann auch, bevor er hier kommt. Wir hatten in dem Fall quasi, da ging es um ein Haus. Da wurden die Schlüssel ausgehändigt, bevor das Cash bezahlt wurde. Ja, ja, ja. Wie ist denn die aktuelle Situation die ganze Zeit gewesen, während das passiert ist? Wem gehört dieses Haus? Beiden oder was? Nee, nee, das gehört natürlich den Eigentümern. Die anderen haben nur eben gegebenenfalls ein Besitzrecht. Und darüber kann man dann trefflich streiten, ob das eingeräumt worden ist, für wie lange das eingeräumt worden ist und sowas. Und von daher macht es natürlich Sinn, sowas in so einem Fall natürlich besonders vorher klar zu regeln, unter welchen Bedingungen das gemacht werden muss. Ja, also keine Ahnung, wenn da vorzeitig schon jemand reingelassen wird, dass man sagt, wenn der Kaufpass aber nicht bis dann und dann gezahlt worden ist, ist das alles hinfällig und ihr habt das dann wieder zu räumen. Ja, krass. Gut. Vielen Dank, Heike. Bitte, bitte. So, kommen wir zur Frage von Marius Allefeld. Marius Allefeld sagt, dass er jetzt übrigens dank unseres Podcasts Zeitung und sonst was anders liest als vorher. Jedenfalls immer dann, wenn es um Gerichtsverhandlungen und Urteile geht. Nein, der hat scheinbar schon vorher gelesen. Und der bezieht sich mit seiner Frage auf unsere allererste Folge, die Bratpfanne. Ah ja. Vielleicht noch, deswegen hier, Drescher war damals der Vorsitzende Richter. So ist es. Vielleicht nochmal für die, die es nicht gehört haben, es ging um einen Mann, der seine schwer an Krebs erkrankte Frau mit einer Bratpfanne, ich glaube ein Messer war auch noch im Spiel, getötet hat. An Heiligabend. Genau. Der vorhin noch irgendwas gekocht hat. Nee, nee, aber das war so bei den Vorbereitungen oder Rührei. Rührei hat er gemacht, ja, kann so sein, ja, ja. Doch, so, also darum geht es. Die Frage ist, die Frau war schwer krank, hatte große Schmerzen. War sie denn auch lebensverkürzend krank? Ja, war sie? War sie, ja. Und jetzt stellt er die Frage, ob es bei dem Urteil eigentlich eine Rolle spielt, wie hoch die Lebenserwartung gewesen wäre. Also ein paar Tage, paar Jahre, Jahrzehnte? Geile Frage eigentlich. Gut, oder? Gute Frage, ja, aber das spielt wirklich gar keine Rolle. Das heißt, egal ob ich einen 10-Jährigen töte oder einen 90-Jährigen, ist egal. Ja, 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 ja. Also grundsätzlich, also abgesehen jetzt von jemandem, der älter ist und wo man sagt, der hat sowieso nicht mehr so lange zu leben, mal ganz überspitzt gesagt. Das spielt mal überhaupt keine Rolle, sondern es kommt letzten Endes auf die Motivation des Täters an. Jemand, der jemand ganz Jungen oder jemand ganz Alten tötet aus irgendwelchen, um da in Besitz von irgendwelchem Geld oder weiß der Teufel was zu kommen, Handys oder sowas, da wird man natürlich sagen, das sind besonders schutzbedürftige Leute, Alte dann gegebenenfalls oder auch ganz Junge. Und von daher kann bei sowas die Strafe natürlich höher ausfallen. Hier war es natürlich so, dass die Motivation von ihm ja letzten Endes war, er selber war mit der Pflege überfordert. Da hätte er sich natürlich Hilfe und sowas holen können müssen, hat er aber aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht. Beziehungsweise die Hilfe, die er gehabt hat, die war aus seiner Sicht halt nicht ausreichend, weil die eben diesen Darmausgang da irgendwie nicht vernünftig behandeln konnten. Und dass dann seine Frau da immer Schmerzen gehabt hat. Nur der hat halt ganz ehrlich sich bei uns gegeben, wir haben gesagt, gab es denn mal Gespräche da aus dem Leben zu scheiden oder sowas und hat er gesagt, nee. Ja, also ich meine, das war natürlich schon krass, wenn der gesagt hat, ja, ja, wir haben da immer mal drüber und die hat schon gesagt, nee, also das wird so schlimm langsam. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass das hier irgendwie beendet werden kann? Dann wäre das möglicherweise auch rechtlich, es gibt ja dann so Beihilfe zur Selbsttötung oder sowas, aber da wird es dann, hat man mit ganz anderen Strafrahmen zu tun. Aber also grundsätzlich kommt es auf das Alter eigentlich nur insoweit an, dass wenn eine Motivation ist, dass man sich bewusst ein besonders junges oder besonders altes Opfer aussucht, dass man dann natürlich sagen kann, die sind besonders schutzbedürftig und von daher fällt dann da die Strafe höher aus, als sie vielleicht bei einem, ja, der ganz normales Mittelalter hat, ausfallen würde. Aber das ist auch nur eine der ganz, ganz vielen Punkte, die da letzten Endes zu berücksichtigen sind. Noch eine Frage, ebenfalls von Marius. Bewehrungsstrafen, wenn die wieder rufen werden, wann werden die eigentlich wieder rufen? Muss ich was tun, was irgendwie so ähnlich ist wie das, was ich vorher gemacht habe oder reicht auch Schwarzfahnen oder Alkohol am Steuer? Also grundsätzlich reicht alles, dass man jedenfalls darüber nachdenken kann, ob man eine Bewehrung wieder ruft. Voraussetzung ist letztlich, dass man sich die frühere Verurteilung nicht zur Warnung hat dienen lassen. Sprich, normalerweise sind fahrlässige Taten da mehr oder minder raus, weil das hat ja jetzt damit nichts zu tun. Bei vorsätzlichen Taten, da kann man sich dann streiten, da kommt es natürlich drauf an. Wenn es einschlägige sind, denkt man gar nicht darüber nach, dann wird natürlich wieder rufen. Wenn es nicht einschlägige Straftaten sind, dann kommt es eben auf so eine Beurteilung an. Was ist denn das? Und kann man jetzt sagen, das hättest du eigentlich nicht machen dürfen, weil du warst ja unter Bewährung gestanden. Was oft passiert ist bei so anderen Sachen, die so ein bisschen, ja so eine Trunkenheitsfahrt oder sowas, wenn nicht Alkohol ohnehin ein Problem war, dann ist es schon wieder anders. Dass man dann sagt, man verlängert nochmal die Bewährungszeit. Das ist nämlich auch möglich, dass man anstelle eines Widerrufs die Bewährungszeit verlängert, um die Leute dann einfach nochmal ein bisschen weiter unter Kontrolle zu behalten. Aber das geht doch nur, wenn nicht schon das Maximum an Bewährungszeit ausgeschöpft ist, oder? Nein, also die kann um die Hälfte des ursprünglichen Verhängten auch über die fünf Jahre raus gemacht werden. Also wenn einer fünf Jahre bekommen hat Bewährungszeit, also die maximale Bewährungszeit und macht dann irgendwas, wo man sagt, naja, eigentlich müsste man aber geben ihm nochmal eine Chance, weil er halt eine vernünftige Erklärung da war, oder, oder, oder. Dann könnte man bis zu zweieinhalb Jahre verlängern. Wenn er vorher vier hat, nur zwei, also die Hälfte der ursprünglich verhängten Strafe kann dann nochmal, der ursprünglich verhängten Bewährungszeit kann dann nochmal draufgesetzt werden. Innerhalb dieses Rahmens sowieso, klar. Also wenn er zwei Jahre Bewährung hat, dann kann er natürlich auch auf fünf hochgehen. Aber über die fünf Jahre rüber, nur wenn eben die Hälfte der ursprünglich verhängten mehr ist, weniger ist als fünf Jahre. Okidok. Ich habe jetzt noch eine private Frage. Ja, doch. Wie kann ich mich denn als Sachverständiger bei Gericht melden, weil ich will Sachverständiger für Emojis, GIFs und Sticker werden. GIFs und Sticker, weil es werden ja oft Chatprotokolle bei WhatsApp ausgewertet, auch vor Gericht, teilweise auf tausenden Seiten. Ja. Dass ich quasi meine Expertise anbiete, dem Richter zu sagen, was das und das Emoji und der Sticker bedeutet und das GIF. Ja, ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich noch kein sachverständliches Ding, aber man könnte natürlich mal einfach streuen, wenn er da mal Fragen dazu hat. Machen Sie das bitte. Bin ich als normaler Zeuge geeignet und könnte euch da irgendwas sagen, weil ich mich da relativ gut mit auskenne. Sehr gut. Ich habe sowas ganz, ganz früher gehabt, wo also bei unserem Kannibalen, da hatten wir Chatprotokolle jede Menge und dann war ganz oft so hintendran Doppelpunkt und eine Klammer. Also das, was man früher für einen lachenden Emoji gab, gab es ja zu Zeiten, wo es diese ganzen Dinge noch nicht gab, hat man das ja mit Doppelpunkt und Klammer gemacht. Und da war einer der, und mein älterer Kollege hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Also, ist jetzt jemand in der Welt? Aufgemalt und das Blatt gedreht, damit er das passt. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Heike, was könnte bis bald heißen? Bis bald könnte heißen, bis in zwei Wochen, wenn wir wiederkommen. Bis bald könnte auch heißen Live-Shows. Live-Shows. Kleine Sommerpause, aber wir haben ja ein kleines Summer-Special-Event. Am 16.8. habe ich Heike eingeladen auf meine eigene Show in Hanau am Amphiltheater. Heike wird da sein, Henny Nachtsein wird da sein, Stefan Reich wird da sein, Marvin Mendel wird da sein, Axel Goldmann wird da sein. Also, action-packtes Programm. Und keiner wird so aufgeregt sein wie ich, glaube ich. Kommt nicht wegen mir, sondern kommt wegen Heike. 16.8. Und wenn ihr Verurteilt live sehen wollt, nur Heike und ich, in der Käs, was sich unglaublich großer Beliebtheit erfreut, müsste echt schnell sein. Ich hätte euch jetzt einen Oktober-Termin nennen können, aber der ist schon ausverkauft. Der November-Termin ist wahrscheinlich während des Jahres auch schon ausverkauft. Also, checkt die Daten. Die gehen auch bis ins 2024 hinein. Wir haben Tour-Daten. Genau. Also, es gibt tatsächlich Daten bis ins Jahr 2024. Es wird auch neue in 2024 geben. Ich bestehe darauf, dass sie irgendwann so ein hässliches Tour-Shirt haben, wo hinten die Daten draufstehen. Aber 8.11., wenn ihr ganz schnell seid, gibt es wahrscheinlich noch Karten. Und dann im Dezember, so habe ich auch nochmal eine Show, dann ist schon, wie schnell es alles geht. Ja, im Dezember ganz kurz vor Weihnachten, wenn ihr Abwechslung braucht oder Entspannung, kommt zu uns. Oder, wenn ihr es überhaupt nicht aushaltet, 16.8., was zu Red and Friends heißt es. Ja, beides geht auch. Macht es schon Eindruck, genau. Okay. Gut. Das war's? Puh, anstrengend. Anstrengender als jeder Mordfall, den wir hier gemacht haben, weil da kann ich mich wenigstens ein bisschen emotional aushalten, weil ich es muss. Ja, aber ich soll doch immer so besondere Fälle für Anfang und Ende suchen. Ich habe auch schon, wie du das vorbereitet hast und gedacht, das ist geil, da wird das ja aufrecht. Ja, tatsächlich habe ich schon die fürs Ende auch schon. All right. Dauert noch ein bisschen. Bis in zwei Wochen. Schön, dass es euch gibt da draußen dabei, dabei. Verurteilt Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red Eine Produktion des Hessischen Rundfunks Sehr, Herr Schmitt. Verrteilt Du bist mit Heike hass Untertitel für